Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 60.700 US-Dollar. Wir haben noch kein Breakout bekommen, auch wenn wir kurz davor waren oder ganz kurz mal drüber gedippt sind. Wir haben es leider nicht drüber geschafft. Deshalb dann wieder dieser leichte Abverkauf und deswegen sind wir momentan wieder bei 60.700 US-Dollar. Spitze waren 61.800 US-Dollar. Man muss dazu sagen, wir haben die Hochpunkte hier mit den ganzen Wicks erst einmal abgefischt, haben einen kleineren jetzt hier oben hinterlassen. Ob das jetzt bullish ist oder nicht, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, Gold und die anderen Märkte auch einmal einen Blick darauf werfen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video schon mal gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppen reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr auch immer mal wieder Boni abgreifen könnt und ich glaube irgendjemand hat es gestern schon gemacht, genau Björn war es, hat seine UID einerseits in Telegram geschrieben oder auch in YouTube unter die Kommentare. Dann nehmt ihr jede Woche am Gewinnspiel teil und kriegt Boni. So, das nochmal als kurze Erleinerung. Ihr braucht nur einen Account bei BingX. So, genug Werbung gemacht. Wir gehen jetzt direkt rein. 60.700 US-Dollar bei Bitcoin. Wir sind weiterhin in unserem Triangle hier ein bisschen gefangen. Wie gesagt, wir haben die Liquidität hier an diesen zwei Hochpunkten jetzt erstmal abgefischt, was einerseits gut ist, andererseits fehlt uns das jetzt möglicherweise auch für den nächsten Move nach oben. Aber, wie gesagt, ich habe es gestern schon gesagt, wir haben momentan nur diese zwei Optionen. Einerseits wäre für mich die Long-Option, die liegt dann hier unten so bei 53.000, 54.000 US-Dollar ab dem Pivot und dann eben hier oben ab 64.000 bis 65.000 US-Dollar der Short-Bereich. Für mich, so wie es momentan aussieht, die Arbeitsmarktdaten waren gestern eigentlich relativ scheiße. Wir haben weiterhin einen schwachen Dollar, wir haben einen starken Euro und trotzdem steigen die Kurse. Soll mir recht sein, da gehen wir halt zuerst bei 65.000 US-Dollar Short. Nur mal so am Rande. Ich habe nochmal ein bisschen so drüber nachgedacht, vielleicht wäre das doch die sinnvollere Option, wenn wir zuerst die ganzen Shorts hier oben nochmal rauskillen, dann neue reinkriegen und dann eben die zu frühen Longs hier aus diesem Bereich, beziehungsweise die, wo sich hier alle in diesem Bereich hier momentan anstauen, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, zuerst oben die Shorts zu killen und dann die Longs und dann aber richtig nach unten hin zu knallen. Also, dass wir richtig von einem Dump nochmal sprechen und dass ich das übergeordnet, wenn wir mal hier ganz kurz auf den Daily-Timeframe nochmal ganz kurz reingucken, dann hier, sage ich mal, die nächste Abwärtsbewegung kriegen. Also, wir hatten jetzt hier Nummer 1, dann vielleicht eine kleine Welle nach oben in Richtung 64, 65K und dann eben so dieser zweite Abverkauf bis runter möglicherweise auf 45.000 US-Dollar. Es würde sogar hier unten noch mit unserem Pivot S2 passen, zumindest nach jetzigem Stand. Der Monat ist jetzt auch nicht mehr so lange, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und aber auch zu unserem Abtrend, der hier unten auch noch verläuft. Also, es wäre gar nicht so bearish, hier nochmal runter zu kommen. Wir sollten meiner Meinung nach auf jeden Fall hier nochmal runter mindestens mal die 48,9 checken, wegen diesem langen Docht, den wir hier gebildet haben. Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht für eine längere oder für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung. Deswegen wahrscheinlich tendiere ich jetzt eher dazu, dass wir hier erst mal hochgehen, dann hier oben erst mal den Short reindrücken und es lassen. Also, da wäre ich sogar voll dabei, dass wir hier oben auf jeden Fall den Short reingehen und dann die Bewegung auf jeden Fall mit nach unten hin mitnehmen. Wäre jetzt erst mal so das bullische Szenario. Wir könnten nochmal ein bisschen passiver jetzt gucken, was so das technische Preisziel ist. Ihr wisst, ich bin kein Fan davon, hier die Preisziele immer so anzuprangern. Aber so Breakout-Potenzial wäre grundsätzlich bis 69k, aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Ich bin bei Dreiecken da kein Fan mehr, deswegen trade ich die an sich nicht mehr so, aber einzeichnen, das geht auf jeden Fall noch. Ansonsten, wie gesagt, tut sich relativ wenig. Wir können mal ganz kurz auf die Funding-History gerade auch mal gucken, was so die Funding-Rates machen. Aber die sind auch, so wie ich es zumindest gesehen habe, relativ neutral beziehungsweise sogar leicht im Negativen auf manchen Börsen. Also, das heißt, wir haben einen komplett ausgeglichenen Markt, sprich dafür, dass wir jetzt nicht unbedingt nach oben oder nach unten müssen. Das heißt, die 50-50-Ding, die wir hier im Endeffekt auch haben, mit eher Potenzial jetzt momentan nach oben hin, spiegelt sich da auch wieder wieder. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Was hat sich da getan? Überhaupt 0,0. Das heißt, wir schieben unser Ding hier auch nochmal nach oben. Bedeutet aber natürlich auch, wenn ich bei Bitcoin davon ausgehe, dass wir zuerst hochgehen, werden wir es bei Ethereum wahrscheinlich auch machen. Das heißt, auch hier Short-Bereich liegt dann hier bei 2850 bis 2920. Irgendwie so grob rum, aber Ethereum ist absolut tot. Und vorsichtig, ich habe es gestern schon wieder irgendwo gelesen, es gibt schon wieder Leute, die die Altcoin-Season ausrufen oder Altcoin-Season-Loading. Leute, hörtet auf, den einzigen Chart, den ihr für eine Altcoin-Season braucht. Bitte, bitte nehmt die Bitcoin-Dominance. Da seht ihr ganz genau, dass sich hier überhaupt nichts tut. Das heißt nicht, dass die Altcoins Bitcoin momentan outperformen. Das heißt, es tut sich einfach momentan gar nichts. Es wird diese 1, 2, 3, 4, 10 Altcoins geben, die möglicherweise irgendwie Bitcoin outperformen. Momentan auch, auch in der jetzigen Phase. Aber eine Altcoin-Season ist massenhaft Bitcoin outperformen. Und nicht nur 5, 6, 7 Coins, die du zufällig im Portfolio hast. Also bitte pass da ein bisschen auf, nur weil jetzt manche Coins schon wieder ein bisschen gepumpt sind oder so. Ich kann es nicht mehr hören, langsam, ohne Scheiß. Altcoin-Season ist, glaube ich, so für mich so dieser Hassbegriff 2024. Ohne Scheiß. Altcoin-Season kommt ganz, ganz oben auf die Liste. Ja, gehen wir rüber zu Gold. Hier hat sich im Endeffekt auch nichts getan. Unsere Short-Position läuft im Endeffekt weiterhin keine Bewegung. Ich hoffe jetzt mal, dass wir hier langsam aber sicher mal hier nach unten hinknallen. Wie gesagt, wir haben einen schwachen Dollar, was natürlich den Goldkurs noch ein bisschen befördert. Aber da gucken wir jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Da habe ich ja gestern schon darüber gesprochen, dass wir noch Potenzial haben. Hier bis 108,58. Das ist diese blaue Linie hier unten, die wir gestern eingezeichnet haben mit dieser Ineffizienz. Sie sollte jetzt langsam aber sicher mal gefüllt sein. Also irgendwann wird hier dieses Reversal kommen und das könnte auch dann für unseren Gold-Trade dann gut sein. Übrigens, für alle, die Auto fahren, nee, warte, falsche Chart. Dadurch, dass wir ja so einen starken Euro haben und aber auch einen schwachen Ölpreis, ist momentan tanken ein bisschen günstiger. Also ist mir gestern aufgefallen, wo ich tanken war, dachte ich mir so, wow, für unter 1,60 tanken geht. Hat auch seine Vorteile, wenn wir so einen starken Euro momentan haben, auch wenn er meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber auch hier sind wir jetzt momentan ein bisschen so am Maximum angekommen. Ihr könnt euch erinnern an das gestrige Video. 1,17,4 war unser Maximumpunkt. Auch da sind wir gestern hochgekommen. Wir haben die Wicks hier oben erst einmal gefüllt. Wir haben die Ineffizienz gefüllt. Also auch hier könnten wir, es ist Donnerstag, das ist so ein bisschen das Problem, wenn jetzt Montag wäre, wäre ich nämlich schon längst in einem Short wieder drin, könnten wir überlegen im Laufe des Tages, sollten wir möglicherweise hier diesen Pivot noch, den R3-Pivot hier erreichen, dass wir nochmal einen neuen Short hier probieren bei knapp 1,18 und dann nochmal die Gegenbewegung nach unten hin mitnehmen. Weil wie gesagt, wir haben jetzt die Ineffizienz auch beim DXY, das heißt beim US-Dollar das erste Mal gefüllt oder knapp gefüllt. Das könnte nochmal dazu führen, dass wir beim Euro nochmal minimal steigen. Das wiederum könnte den Boden beim DXY einleiten, was wiederum dazu führt, dass der Euro sinkt und das Gold sinkt. Also das mal ein bisschen im Blick behalten für den heutigen Tag. Eventuell werden wir uns da noch eine kleine Short-Position dann doch nochmal aufbauen, nachdem die erste ausgetriggert wurde. Und Stop-Loss mäßig, vielleicht schon mal so am Rande, würde ich es auf jeden Fall über dieses hoch machen. Auch wenn es 1,35% sind, aber das wäre jetzt momentan hier. Ich glaube nicht, dass wir in Richtung 1,13 Euro hier sogar hochgehen. Wir haben damals schon hier diesen WIG verpasst, den können wir noch holen. Das ist diese blaue Linie hier oben. Also die 1,127, 1,128 rumhalte ich noch eher für wahrscheinlich als die 1,13. Aber auch das muss nicht mehr umgegangen greifen. Also das behalten wir heute safe nochmal im Blick. Das könnte ein sehr, sehr guter Short-Entry nochmal werden. Ansonsten last but not least, DAX läuft weiterhin. Wir sind auch am Pivot hier weiterhin und strugglen ein bisschen. Auch hier hoffe ich, dass wir heute mal ein bisschen runterklatschen. Aber dafür brauchen wir einen deutlich stärkeren US-Dollar. Also ihr merkt schon, es liegt ziemlich viel am US-Dollar momentan, was die Kurse so machen. Bitcoin, Ethereum müssen wir einfach warten, in welche Richtung es jetzt ausschlägt. Und dann können wir entweder Option A, Short, nach oben hin. Option B, Long, wenn wir nach unten hin durchfallen, dann wählen. Ansonsten war es von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Lasst ein Video, like da, abonniert den Kanal, haut einen Kommentar unten rein für den Algorithmus. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.